Ist er etwa der neue Mann an ihrer Seite? Daniela Büchner, 43, verblüffte ihre Fans Anfang Dezember mit Liebesnews, es gebe einen neuen in ihrem Leben, mit dem sie sogar schon die Weihnachtsfeiertage verbringen wollte. Auf den Schnappschüssen unterm Baum suchten ihre Follower allerdings vergeblich nach einem neuen Gesicht. Doch jetzt mehren sich die Anzeichen, hat dieser Mallorca-Auswanderer etwa dannes Herz erobert. Bei Dannes neuer Liebe könnte es sich um Suhl handeln, der in der Sendung Got B. Deutschland vor zwei Jahren von Hannover aus nach Mallorca ausgewandert war. Darauf deutet ein Schmuckstück hin, mit dem Daniel jetzt auf Instagram posierte, denn ihre goldene Halskette ziert in Kursiver Schrift der Namen Suhl. Auffällig ist auch, dass die 43-Jährige dem Bu seit einiger Zeit auf Insta folgt. Ein weiterer Umstand, der einige Fans stutzig werden ließ, ist, dass Suhl sich offenbar kürzlich getrennt hat. Ursprünglich war er gemeinsam mit seiner Partnerin Yasemin auf die Baleareninsel gezogen, doch nun reiste sie alleine mit ihrem Sohn Alejo zurück nach Deutschland. Es hatte sich schon über Monate so herauskristallisiert, dass es einfach nicht mehr so harmoniert und in der Reibe Reihen und Streit gegeben hat, kommentierte sie das Ende der sechsjährigen Beziehung im Vox-Interview. Untertitelung des ZDF für funk, 2017